Musik 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 Onkel Lukas Sag mal Opa Michael Jürgen Onkel Lukas Bohn Da hinten wieder rum Süßes Malen Bimbi Ist halt voll wie leid ist das? Ja, ist richtig klein Musik Machen wir mal Einkäufe Immer wenn wir irgendwo hinfallen, kannst du mal was Buntes Ja Wir müssen eigentlich schon eine Führung deiner Wohnung machen Musik 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 So, nächster Schlafort Let's wait quick for my dad, eh? Musik 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 Shine Musik 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 Die Gast haben mitgeruscht, dass ich einen Sonnenaufgang angucken soll. Da vorne ist ein kleiner Weg direkt geradeaus. Alles schnell, schnell, schnell. Die Sonne geht direkt geradeaus. Was ist mit Mama? Schnell. Ist das schön? Es ist so schön. No line-saving. Von den Hörnchen. Snakes, Sharks. Obstarkles. Death. So, es ist hier. Das ist es. Das ist warum wir hier. Das ist warum wir hier. Das ist ein kleiner Weg. Das ist dein kleiner Weg. Wies mal direkt. Das ist ein kleiner Weg. Das ist eine wesentliche. Bis zum nächsten Mal. Das hier ist ein Anfängerfehler, weil die Wasserkalister sind leer. Aber wir haben noch genug Wasser für Kaffee. Bis zum nächsten Mal. Eigentlich haben wir nur hier gehalten, damit ich auf Toilette gehen kann. Aber hier ist ein Surffestival in Lenox Head, voll cool. Aber wir fahren weiter, denn wir haben immer noch nicht gefrühstückt. Wir fahren dann zu einer Ausguckstelle, wo man schon Autos kontersieren kann. Man kann natürlich hören, was abgeht. Auf jeden Fall. Und frühstücken darf. Wir hatten nämlich, wie gesagt, heute Morgen nur genug Wasser für Kaffee. Und deshalb müssen wir weiterziehen, damit wir nicht alle verdursten. Und jetzt werden wir da in diesem Park ausfrühstücken. Wir hatten da in diesem Park ausgedrückt. Aber wir haben ja auch schon mal wenig Wasser für Kaffee. Und jetzt werden wir da in diesem Park auswärts. Und jetzt werden wir da in diesem Park auswärtsland. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018